Gute Morgen meine Lieben. Es ist Sonntag. Ich mag Sonntage nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Heute ist wieder nichts groß geplant. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht mal meine Mutti frage, was sie heute macht. Dann könnte ich sie vielleicht mit Romy besuchen, da freut sie sich vielleicht. Oh Schatz. Und ja, dann sind wir aufgestanden um 8 Uhr. Achtung. Bibi. Nee, Handy lassen wir mal. Das weiß nicht. Und da drüben geht es auch nicht hin. Da liegt nämlich keine Matratze, Schatz. Eigentlich bin ich wieder gemeckert. Das war mir klar. Sie ist so trotzig. Und immer sagt, dass sie das nicht darf. Dann kriegt die richtige Anfälle. Teilweise schmeißt sich auf den Boden. Ja, Bibi. Das ist doch nur zu deinem Besten, Schatz. Und ja, das kann heiter werden. Wenn dann die richtige Trotzphase wirklich erst kommt. Schatz, du kannst da nicht drüber. Da liegt keine Matratze. Es ist schlimm. Du hast es schwer. Au, beiß mich doch nicht. Tussi. Tussi. Tussi an Tour, ja. Mal heute zu Oma. Oma besuchen. Naja, mal gucken. So, ich war jetzt mit den Hunden draußen. Und heute habe ich mal geschafft, mir meinen Haferbrei zu machen. Wie immer Äpfel, Banane. Blaubeere. Zeitung gucke ich mir auch noch an. you know Warum habe ich den Verdacht, dass du schon wieder an meinem Handy bist, hm? Und warum bestätigt sich die so? Kuscheln. Ach, meine Zeitung, Schätz, die will ich doch noch angucken. Danke. Wow, das hast du aber gerade noch mal gerettet. Gerettet, Ted. Schatzi, gib das mal her. Danke. Du musst sagen, bitte. Feine Aufbeißchen, ne? Guck mal mehr Pussybears. Voll das Gammelwetter heute. Meine Mutti hat noch nicht geantwortet, was sie heute Nacht noch aufgeteilt hat. Püppi. Ich möchte die Zeitung noch angucken. Ja, das passt dir nicht. Aber mir passt es auch nicht, wenn du meine Zeitung auseinanderpflückst. Romy, du wirst doch hier nicht mit Tellern rumschmeißen. Isst du des Wahnsinns? Ich werde überfallen. Guckst du, oder? Siehst du dich selber? Ich muss die Zeitung retten, die Zeitung übel. Dave. Siehst du dich hin? Zählen. Diese Zeitung ist schwer? So, Bibi macht Mittagsschlaf, hatte Mittagessen und das wollte ich jetzt mal ausnutzen, um euch meine Tops und Flops zu zeigen. Also, jetzt ist es nicht Favoriten, sondern einfach richtig Tops, also wo es sich richtig raushebt, wo ich richtig von begeistert bin, mein ganzes Make-up-Zeug und so, ja, das ist schön und gut, aber doch eins ist dabei, ein Make-up-Produkt, wo ich wirklich total begeistert von bin, aber der Rest, ja, muss ich euch jetzt nicht extra zeigen. Äh, ich filme das am besten mal so, fange ich mal an mit einem Flop und zwar ist es das hier, das war mal in der Medpacks-Box drin und ich finde diesen Geruch einfach total äh, das riecht so irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, sauer und ähm, so wie altes, altes Obst, ich krieg's nicht aufgeschraubt, ein Handy, mach ich nur. Ähm, Konsistenz ist ja, geht, aber dieser Geruch und ähm, der ist auch so ganz penetrant, wenn ich mir dann irgendwie so Hände wasche, dann kommt der noch mal richtig hoch, also ich kann's echt nicht riechen. Es hat zwar so einen, äh, Geruch von ein bisschen Grapefruit, aber irgendwie ist dann zu sauer und bitter, kann man bitter riechen? Also keine Ahnung, ich kann's überhaupt nicht riechen. Ähm, werde ich wahrscheinlich verschenken, mal meine Mutti fragen, ob sie's riechen kann. Dann mein Top, ähm, absoluter Top, ich bin ganz begeistert, ganz begeistert, ist dieser Highlighter von Rivalde Loup Young. Ähm, hätte ich nicht gedacht, aber der ist wirklich einfach mal geil. Ich nehm den nur noch, komm nicht mehr ohne den und der kann nicht mit meinem 20 Euro Highlighter von ADECO mithalten, überhaupt nicht. Kann die immer nebeneinander halten. Die sind so, ähm, beide gebacken und so strukturiert, einhändig ist immer schwierig. Aber der hier schimmert auch gar nicht so schön wie der. Und der glitzert auch nicht, sondern schimmert. Also das ist ganz geil. Den müsst ihr euch unbedingt holen. Un-bedingt. Dann, ähm, hab ich noch einen Top. Ich glaub, die hab ich auch schon mehrmals gezeigt, aber die ist einfach mal geil. Ich hatte noch nie so ne geile Bodylotion. Da bin ich erst später drauf gekommen auf die. Die hatte ich noch rumstehen, weil ich noch so andere hatte, die ich erstmal benutzen wollte. Und dann hab ich die irgendwann im Frühling angefangen zu benutzen. Das ist, äh, Royal Christmas Körperlotion. Aber es riecht nicht nach Weihnachten. Äh, weißer Tee, äh, soll das riechen. Ich weiß nicht, wie weißer Tee riecht, aber es riecht einfach mal so geil. Und die Haut, die wird so schön. Und die Haut bleibt schön ganz weich und, äh, hat meine Haut richtig verbessert am Körper. Weil, ich hatte das mal in einem Favoritenvideo gezeigt, dieses Schmuckstück hier. Das ist die Bodylotion von, äh, Tuiake Moon, äh, in Himbeer. Ähm, ich hab das dann immer benutzt und habe gemerkt, dass meine Haut trockener und trockener und trockener wird. Das reicht irgendwie nicht aus, die Pflegewirkung, obwohl ich am Körper eine ganz normale Haut habe. Keine trockene, keine, weiß ich nicht, irgendeine komische, eine ganz normale Haut. Und, ähm, das hat leider nicht ausgereicht und es hat meine Haut ausgetrocknet. Deshalb musste ich die erst mal retten wieder mit dieser Bodylotion. Also, das hier leider im Endeffekt ein Flop für mich, aber das Duschbad davon ist dafür umso geiler. Also, das Duschbad finde ich richtig toll. Das wird ein ganz cremiger Schaum. Äh, riecht toll. Also, das hier, die Bodylotion riecht auch gut, aber, ähm, wenn es die Haut trocken macht, ist es auch nicht so ideal. Aber hier, ähm, das Duschbad nehme ich sehr, sehr gerne. Weil ich das merke, wenn so richtig man das Gefühl hat, dass man sich mit dem Schaum so eincremen kann. Und, ja, das waren meine Tops und Flops. So, verandert sich meine Oma. Sie hatte sich noch gemeldet. Oh, da ist ein Tier über die Straße gelaufen. Was ist denn das für ein... Ein Fuchs. Ein Fuchs. Ich hätte ihn euch jetzt gerne gezeigt, aber ich musste mich jetzt gerade mal konzentrieren. Dass ich dir nicht überfahre. Füchschen, geh lieber in deinen Wald zurück, ne? Ja. Ich bin irgendwie wieder heute. Ich weiß nicht, es ist immer vielleicht welterabhängig auch. Wenn es so eklig ist. So müde und so antriebslos und so komisch im Kopf. Bisschen wie wenn man einen Kater hat. Keine Ahnung. Ich bin gespannt auf meinen Schilddrüsentermin. Schilddrüsentermin. Blutabnahmetermin für Schilddrüsen. Ja. Na ja. Da wird jetzt bei meiner Mutti auch nicht groß sein. Einfach nur sitzen und quatschen. Spazieren sieht schlecht aus, weil es sich hier wieder zuzieht. Ich denke mal, dass... Versteht ihr mich überhaupt? Ja. Ich denke mal, dass es gleich anfängt mit Regeln. Ja. Ah je. Ritter. Und ja. Dann bin ich gleich da und dann werden wir mal gucken. Oh. Komm Floms. Wiederhau. Aufstehen. Zupi. Oh, ist echt so. Oh. Tja, weil man so schnell rennt. Fein laufen. Nicht türzen. Zweckig. Kannst du nur noch den Kleen an, oder? Komischer Kies. Der ist nicht Kleen. Der passt gut. Ja? Ja, siehste doch. Ach so, wer der Kleenste von den feinen Wilden. Der passt supi. Am Püppi. In hier oben. Hast du noch mal geschrieben? Ich habe noch mal geschrieben, als ich jetzt losfahre. Das wird doch gerade nicht mitgekriegt. Ich habe es extra mitgenommen. Extra mitgenommen. Ah. Ja, Feinny. Feinny sieht schon aus wie in die Wiese selber. Ja, und meine Wohnung auch. Ich muss pausenlos saugen. Ach doch, wir machen uns ganz langsam. So, jetzt habe ich geschrieben. Bist du Malzbier, oder? Ja, Malzbier nehme ich U. Wiener Walzbier. Ja. Ja. Ja, Fein. Was machst du? Schaukel hinten. Ja, Fein. Ja. Ja. Was machst du? Schaukel hinten. Irgendwas Kaltes. Nee, Orangensaft. Dankeschön. Ja. Und ab geht's. Oh, das ist aber jelam. Arschig. Ich hab mir jetzt zu schütteln. Guck, Schatz. Mach auf, na. Nee. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Und jetzt ist auch schon viertel acht glaube ich. Und das ist Bettchenzeit. Am Brot hat sie jetzt schon gegessen. Und ja, das war's für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Morgen im Vlog wieder. Boah, ich bin ein bisschen kaputt. Macht's gut. Wie viele bis jetzt?